Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Nur ein Schlimmeres. Wow. Willkommen daheim, Vajek. Siva hat dich vermisst. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, eure Kinder. Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt, zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur, stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Unterschätze ihn nicht. Er ist schmal und senig. Aber er hat viel Kraft. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Ruhe dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Payek! Rabia! Meine Rabia! Ich hab mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Sieh dich an! Schnitte? Prellungen? Das ist nichts. Setz dich! Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ach, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Liegt gut in der Hand. Ich habe ihn hart bespannt. Schieß noch einmal. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Gut. Herr Ziffer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen. Los. Komm, schnell. Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzephar! Wir wollen nur mit dir reden. Nomag-Rothiak wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Helfer! Jetzt erledigen wir den Rest. Ich werde mich von hinten anschleichen. Beim großen Reh, Sie dürfen mein Haus nicht auch noch niederbrennen, Bayek. Ich bin auf der Hurt. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Damit wird er nicht rechnen. Hier wird ihn keiner sehen. Wo bleibt er? Ich kriege einen Krampf. Wachsam bleiben. Gut. Dann könnt ihr aus jeder Richtung kommen. Wachsam! Ich bin nicht so offen. Ich bin ein Krampf. Ich bin ein Krampf. Die Götter sind meine Zeugen. Was? Ich töte dich! Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche, allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja. Benny P. kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senu hilft dir zu finden, was du brauchst. Senu? Senu lebt noch? Sieh mal einer an. Senu, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Ich verstehe. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf die Jagd, ich brauche Leder.